wie heißt die mission der pfand pfand gibt's auch bei watchdorks dieser hohen sohn verdammter melo job also gut damien vielleicht hast du ja was ist hey ich bin es du hast mich her bestellt schlösser mir platz bei der schädel ja okay komm hier sie dir das an wer ist sie weiß nicht die datei ist kaputt hast du nie idee wie ich es abspielen kann da ist nichts zu machen du brauchst das original ich lass eine suche über den city us zugang laufen genau deswegen wollte ich mit dir sprechen ich glaube nämlich nicht dass er davon weiß damit hätte er geprahlt ich kenne ihn wer hätte geprahlt vielleicht eine spur oder nicht ich muss ihm einen schritt voraus sein hast du ärger eine ip-adresse ja die habe ich von ihm kannst du die quelle checken was soll das alles hier antworte ich tue nichts bis zu er hat sie entführt klar er 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 benutzt meine schwester als sicherheit oh mein gott der den wir suchten der damien branks ich kann nichts tun ich werde jetzt gehen wir reden später gut wenn du fertig schiff schiff komm hier was ist denn los was ist denn los wo an zu halten los 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 wo ist dein auto wo die 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 Das ist doch nicht dein Erf! Aiden, das Motelschild! So, kann ich den vielleicht? Mach nur weiter! Ich brauche noch einen guten Treffer! Seid nach! Wir machen das! So! Keine Panik! Das muss man doch entschärfen! Ach, macht den Knach! Überbruch doch! Oh! Ich mach das! Los! Nein! Okay. Das hält immer. Scheiße, Alter! Arschloch! Ich persönlich, das weißt du doch! Sind da! Ich brauche Hilfe! Achtung! Die Straße! Sarah! Weg! Wir kriegen was auf! Okay! Ganz ruhig! Das muss man doch abschalten können! Wow! Was? Ich stand doch über dem! Hm? Wie kannst du mich da weghauen, wenn ich über dem stehe? Das für eine Logik! Wo ist dein Auto? Hier lang! Da drüben! Der Balkon! Oh! Wo? 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 Oh, oh, oh. Stop, come on. scheiße alter bei der weggerutscht alles klar die kameras werden wo einer hoch das ist doch scheiße ist denn mit dem hier Wir brauchen jeden verfügbaren Mann. Alter, was ein Scheiß. Hier kommt Verstärkung. Die kommen von vorne. Quatsch. So. Alter. Jetzt noch weiter. Fast geschafft. Ok, erwischt. Boah, Leute! Moment, ich musste gerade mal meinen... ...meine Kippe... ...oh, ist drücke. Oh! Ich weiß auch was! Oh, da ist ja noch einer. Was ist denn da? Oh! 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 Okay, wie kriege ich den jetzt? Kriege ich so eine Granade hin? Nee. Kriege ich jetzt auch nicht. Das heißt, ich muss erst mal wieder hoch. Und hier unten kriege ich den nicht erwischt. Lara, hier lang! Etwas Hilfe wär cool! Was wollen die denn? Wer sind die? Wir haben euch gehört. Wir sind da. Hat mit meiner Suche nach der IP zu tun. Wer von denen? Was haben wir da gefunden? Bleibt vorsichtig! Ich bringe uns raus! Alter, 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 alter! Wo kommt die denn her? Komm schon, alter! Rein ins Auto! Ich erledige das hier! Was tust du denn? Was tust du denn? Geh doch! Die stellen uns ne Falle! Oh! 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 Ich hab ne Möglichkeit! Oh! 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 How schaffe ich jetzt nicht mehr her? So, na dann, hauen wir mal ab hier, haben wir den Gangster-Wagen gegrallt. So, haben wir das geschafft. Clara, bist du okay? Natürlich bin ich nicht okay. Fuck. Wer bist du? Was soll ich darauf antworten? Ich weiß, wo wir in Ruhe reden können. Hier. Da kommt ein Skillpunkt. Mission beendet. Im Fernsehen zeigen wir ein Feuer im Aue Motel. Kannst du nicht auschecken wie jeder andere? Wann habe ich je etwas wie die anderen gemacht? Klaudern wir etwa? Ist so lange her, ich bin sprachlos. Genieße es, denn es kommt nicht wieder vor. Ich habe kein Netzwerk und brauche Ausrüstung. Nicht mein Problem. Du wolltest nicht im Team arbeiten. Kümmer dich selbst drum. Aber mach schnell, ich brauche deinen Kopf im Spiel. Ey, meine Süße, dein Bruder will reden. Hayden? Geht es meinem Baby gut? Er ist sicher. Wo bist du? Keine Ahnung. Wir sind kalt. Mir waren die ganze Zeit die Augen verbunden. Ich habe Angst, Aiden. Das weiß ich. Und ich hole dich raus. Du, ich kenne Damien. Er ist nicht verrückt. Er tut dir nichts. Sei nur ein wenig vorsichtig. Was meinst du, du kennst ihn? Er hat mich entführt. Dadurch will er an mich rankommen. Was? Zeit abgelaufen. Mein Gott, was hast du gesagt? Sie ist in Tränen aufgelöst. Damien, gib sie mir nochmal. Wenn du weiter plaudern willst, folgst du dieser IP-Adresse und besorgst mir etwas, was nützlich ist. Ta-ta. Okay, sie ist sicher. Erstmal. Scheint kalt zu sein. Vielleicht draußen. Ich lasse sie reden. Könnte ja sein, dass ich einen Hinweis finde. Okay. Also. Da sind wir hin. Und da gehen wir auch hin. Ja, wo ist denn das? Mir ist echt egal, was er früher gemacht hat. Dann nehmen wir uns mal das Boot. Ich bin nicht so der Bootfahrer. So. Also. Mit einem Fuß im Grab. Das ist ja, hier ist das schonanov. Vielen Dank. Das ist 조금 für Nikola, wennphu sincer.